hallo zusammen heute möchte ich euch das erste weihnachtsvideo in diesem jahr präsentieren und zwar möchte ich euch ein adventskranz to go zeigen und dafür benötigen wir ein paar teelichter und ein bisschen washi tape und das washi tape sollte ungefähr so breit sein wie dieses silberne schälchen was sich an den teelichtern befinden nun bekleben wir einfach einmal dieses silberne schälchen ich weiß jetzt nicht so genau wie man das eigentlich nennt ich nenne es jetzt einfach schälchen das bekleben wir jedenfalls einmal mit washi tape einmal rundherum insgesamt benötigen wir vier teelichter und die werden alle einmal mit washi tape umhüllt hierfür kann man entweder dasselbe washi tape für alle vier schälchen nehmen oder auch verschiedenes ich habe mich jetzt entschieden jeweils zwei teelichter mit dem selben washi tape auszustatten dafür habe ich so ein silbergraus gewählt und dann so ein weißes wenn das washi tape unten so ein bisschen übersteht kann man das einfach so ein bisschen umklappen und das unten dann noch so ein bisschen festkleben da hier immer nur ein kleiner streifen washi tape benötigt wird da diese schälchen ja nicht besonders groß sind ist dieses auch super für die resteverwertung geeignet oder wenn man mal so ein kleines pröbchen vielleicht in einem pocket letter oder tauschpaket hatte kann man das auch sehr gut hier verwenden das washi tape was ich in diesem video verwende das habe ich bei ikea gekauft falls jemand interesse hat dort gibt es so pakete mit drei stück für glaube ich zwei euro 49 oder so ähnlich oder 279 bin mir nicht sicher auf jeden fall gefiel mir das ganz gut und ich habe jetzt schon einige verschiedene sachen daraus gemacht dieses projekt ist wirklich ganz ganz schnell hergestellt also wenn man noch schnell ein kleines geschenk zum advent benötigt vielleicht irgendwo zum kaffeetrinken eingeladen ist und noch ein kleines mitbringsel braucht oder ähnliches lässt sich dieses super schnell herstellen und man hat da noch eine kleine aufmerksamkeit dabei die jemanden eine freude machen kann ich stapel jetzt diese teelichter die mit washi tape beklebt sind abwechselnd also immer ein graues ein weißes ein graues ein weißes und stelle diese dann zu einem turm zusammen dann benötigen wir noch so ein stück papier in meinem fall ist es jetzt 5 x 8 cm groß und dort wird das ganze dann später fixiert und eine streichholz schachtel die wir jetzt ebenfalls noch mit washi tape einmal verziehen werden hierbei klebe ich nun das washi tape einmal längs auf die schachtel drauf und nehme drei streifen nebeneinander das müsst ihr dann schauen wie breit eure streichholz schachtel und wie breit euer washi tape ist man kann natürlich auch das washi tape diagonal oder quer auf kleben wie man das gerade möchte ich habe mich jetzt für diese längs variante entschieden und ich klebe an den rändern ein bisschen mehr also so dass das ein bisschen über steht hin und schneide das dann entsprechend ab damit das dann alles gerade ist und schön aussieht dann wird alles gerade abgeschnitten wie ich eben auch schon sagte am rand entlang an diesen schmalen seiten und an den breiten seiten wird es dann einfach umgeklappt hierbei solltet ihr darauf achten dass nicht zu viel washi tape übersteht damit diese fläche an der man die streichhölzer anzünden kann auch noch frei ist hier habe ich jetzt ein stück vergessen abzuschneiden das hole ich jetzt noch mal nach und in meinem fall verziere ich auch noch die unterseite der schachtel das müsst ihr jetzt nicht unbedingt machen weil die nicht unbedingt sichtbar ist aber ich finde das ist einfach ein bisschen schöner wenn das geschenk dann ausgepackt wird dass das dann auch verzehrt ist also das mache ich einfach ganz genauso wie auch auf der oberen seite auch hier verwende ich dann ein bisschen mehr washi tape und schneide dann die ränder gerade ab und klappe das auch hier an der streichfläche wieder um und achte darauf dass auch hier nicht zu viel übersteht wenn das ganze dann fertig ist also wenn die streichholz schachtel beklebt ist und die enden abgeschnitten sind dann sind wir mit diesem schritt auch schon fertig und ich finde diese streichholz schachtel sieht wirklich richtig gut aus also es macht richtig was her und man sieht auf den ersten blick gar nicht dass einfach nur klebeband aufgeklebt wurde sobald wir dann mit der schachtel fertig sind wird diese auf dem weißen stück cardstock festgeklebt hierfür müsst ihr nicht unbedingt cardstock verwenden sondern einfach irgendein papier was ihr übrig habt das ist einfach zur stabilisierung weil ich das ganze dann in so einem transparenten beutel unterbringe und dafür soll das ganze so ein bisschen fixiert werden also sozusagen der boden für den beutel ich nutze jetzt hier so ein kleines stückchen fotokleber und bringe dann die schachtel auf diesem stück cardstock an und oben klebe ich auch noch ein stück fotokleber drauf um dann dort die teelichter zu platzieren damit die teelichter zusammengehalten werden sollen diese jedoch auch noch mit einem band zusammengebunden werden dieses habe ich mir jetzt farblich passend zu dem washi tape ausgewählt und schneide mir hier ein stück zurecht und dieses befestige ich dann einfach mit einem knoten einmal rundherum um diese teelichter nun sieht das ganze auch schon viel mehr nach einem geschenk aus und ja man muss ein bisschen aufpassen dass einem das nicht alles um kippt wie mir jetzt hier das passiert leicht mal weil das alles eine kleine wackelige angelegenheit ist aber dafür bringen wir ja nun das band an und das kommt dann ja auch noch in so einen beutel und dann sollte eigentlich nichts mehr schief gehen ja ich habe mich für sein beutel der ein boden hat entschieden und da wird dann dieser weiße cardstock angebracht diese fotokleber der hätte nicht ganz so gut um die kerzen zu fixieren aber wenn das ganze in so einem beutel untergebracht ist ist das eigentlich auch nicht mehr so das große problem ich probiere jetzt einmal aus wie sich das ganze in dem beutel so macht und dann schauen wir einmal weiter anstelle eines beutels könnt ihr natürlich auch so eine geschenk folie die sich aus einer rolle befindet nutzen dann müsst ihr euch das stück entsprechend zurecht schneiden das ist natürlich auch gar kein problem ich habe mich nur der einfachheit halber für diesen beutel entschieden und ich habe auch das stück cardstock genau abgemessen dass es genau unten auf den boden passt so werde das ganze dann schon einmal aussehen aber wir müssen noch einmal das ganze rausholen weil wir noch nummern auf den einzelnen teelichtern anbringen wollen die nummern 1 bis 4 sollen angebracht werden und diese kann man entweder mit einem stempel aufstempeln auf ein stück cardstock oder auch vielleicht direkt aufs washi tape kommt darauf an was ihr für ein stempelkissen habt oder ich habe mich jetzt für sticker entschieden die habe ich mir mal irgendwann gekauft und die lagen schon ganz lange in meinem schrank und da habe ich mich jetzt entschieden die einfach mal hierfür zu verwenden dann fangen wir oben an mit der 1 und gehen dann numerisch vor also auf das zweite teelicht kommt die 2 auf das dritte teelicht die 3 und auf das vierte die 4 wenn die zahlen dann angebracht sind sind wir auch schon fertig ich habe jetzt schon mehrere dieser kleinen adventskränze die eigentlich ja gar keine kränze sind aber man kann diese teelichter ja zu einem kranz zusammenlegen ja auf jeden fall habe ich schon mehrere hergestellt auch eine variante in pink die jetzt sehr anders aussieht als diese hier und dazu zeige ich euch gleich noch ein paar fotos würde mich freuen wenn ihr die auch noch anschaut ja vielleicht kanntet ihr diese idee ja noch nicht ich wollte euch gerne eine neue idee liefern was man schönes zu weihnachtszeit basteln kann es ist zwar noch ein bisschen hin aber man kann ja schon mal anfangen ein paar kleinigkeiten zu basteln dann hat man vor weihnachten nicht so einen großen stress und dieses hier ist ja auch so zum ersten advent gedacht ja ich hoffe euch hat das video gefallen und ich verschließe jetzt einfach noch den beutel mit zu einem kleinen band mit seinem kordel band und dann ist das ganze auch schon fertig vielen dank fürs zusehen und schaut euch noch die bilder an lasst mir ein abo oder einen daumen da oder auch einen kommentar und wir sehen uns dann beim nächsten video bis dahin tschüss bis jetzt bis jetzt